Kann jeder, der das möchte, die intuitive Tierkommunikation lernen? Auch das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Ich bin Sonja Neuroth und ich helfe Menschen, die Tierkommunikation zu erlernen, aber eben auch andere Aspekte, also wie sie im Alltag mit ihren Tieren noch ruhiger, gelassener bleiben können und wie sie auch zu ihrem eigenen Tier einen guten Zugang bekommen. Wie man Ängste und Traumata auflösen kann und gemeinsam mit dem Tier wieder so richtig viel Freude haben kann. Ja, und wenn du jetzt vielleicht das erste Mal mit diesem Thema dich auseinandersetzt, dann kommt meist erstmal so eine Skepsis hoch, funktioniert das überhaupt? Das ist so die erste Schwelle. Und dann, wenn man das gesehen hat, dass es funktioniert, vielleicht, weil man auch selber mal eine Tierkommunikation mit seinem Tier bekommen hat und total innerlich berührt war, dann kommt meist die Frage hoch, kann ich das denn auch? Weil das sieht von außen so schwierig aus oder so. Man denkt so, wow, was steht denn dahinter? Ist das Magie oder was? Aber das ist eigentlich total easy, wenn man erstmal drin ist, wenn man weiter übt. Das ist wie alles eine Übungssache. Und ja, wenn du das möchtest, kannst du das. Also, ja, es geht darum, deine Talente herauszufinden, deine Wahrnehmungskanäle. Wenn du vielleicht siehst, wie ich das mache, denkst du dir vielleicht, oh, das könnte ich niemals auf diese Art und Weise. Aber jeder hat seine eigene Art und Weise. Und es kommt darauf an, deine Art und Weise zu finden. Also, wie nimmst du die Informationen der Tiere wahr? Sind das eher innere Bilder, ist es ein Gefühl, weißt du einfach, dass etwas auf eine gewisse Art und Weise ist? Und es kommt dann darauf an, auch dir bewusst zu werden, wo du bereits in deinem Alltag mit deinem Tier kommunizierst, ohne das vorher bewusst bemerkt zu haben. Denn wahrscheinlich hast du schon längst so ein intuitives Band mit deinem Tier. Und auch wenn du nicht immer alles genau weißt, was es dir mitteilen möchte, irgendwie hast du so ein Gespür dafür, wie dein Tier gerade drauf ist. Und genau das kann man ausbauen und dann immer besser darin werden. Ja, wenn du Lust hast, deine Talente, deine Fähigkeiten, deine individuellen Wahrnehmungskanäle, deine Art der Tierkommunikation herauszufinden, dann schau doch gerne mal auf meiner Seite vorbei. Es gibt bei mir Seminare, Online-Trainings. Und da kannst du eben schauen, was dich anspricht und wie du da noch besser werden kannst und wie du bald auch einen intuitiven Zugang zu deinem Tier bekommen kannst. Ich freue mich auf dich und wenn du noch Fragen hast, dann stell sie mir gerne. Und wenn ich kann, dann gehe ich gerne darauf ein.